Action! Guten Tag verehrte Zuschauer, mein Name ist Gottfried, meine Freunde nennen mich auch Gott. Heute sehen wir einen Film über einen Bibelausschnitt. Und zwar ist das der Anfang vom Matthäus-Evangelium. Die Geburt Jesu, gespielt vom Religionskurs 12, das Marie-Curie-Jumnasium Neuss. Christian Betzmann, Jan-Philipp Krumm, Pascal Peters, David Jamscheid und Jonas Laberlitz. Viel Spaß und ein... Cut. Sind wir aufs Ende? Ja. Okay. So Kinder, ich bin's wieder, euer Crazy Gottfried. Heute erzähle ich euch eine kleine Geschichte. Die Geburt Jesu. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Spaß! Nee, komm. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber seht selbst. Das sind Jesus Eltern. Ich bin Maria. Ich bin Josef. Das ist unser Esel. 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 Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Oh Maria, komm her. Hey Schatz. Weißt du, wir sind jetzt vier Monate zusammen. Meinst du nicht, es ist so weit, mal den nächsten Schritt zu machen? Schatz, ich muss dir was zeigen. Was ist das denn? Ich bin schwanger. Aber wir... Ey, ich bin schwanger. Aber Schatz. Josef. Nein. Josef. Josef. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. We are family. Maria. Ich kann dir deswegen nicht böse sein. Was soll Josef denn jetzt denken? Was soll mit dem Kind passieren? No, 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 no broken heart is here. Scheiße. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Sehen Sie ihn jetzt. I'm loving angels instead. Josef. 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 Josef, Sohn Davids. Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von seinen Sündern erlösen. Okay. 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 Vier Wochen später, im Null-Sternen-Stall zur gemütlichen Krippe in Bethlehem. Guten Abend. Wir kommen aus dem Morgenland. Ich bin Caspar. Ich bin der Melchior. Ich bin der Balthazar. Ich bin der Null-Sternen-Stall. Ich bin der Null-Sternen-Stall. Ich bin der Null-Sternen-Stall. Ich bin der Null-Sternen-Stall. Ist das der heilige Jesus? Das ist er, von dem alle sprechen. Sohn Gottes. Was sein Geschöpf. Sohn Gottes. Von weit her sind wir angereist. Der heilige Stern hat uns den Weg gezeigt, nur um euch zu holen. Wir sind da, um dir Geschenke zu überbringen. Hier, ein bisschen Geld. Und von mir, Mürre. Und von mir bekommst du Weihraub. Und von mir, Mürre. Und von mir, Mürre. Und von mir, Mürre. In der Böre. Ohhh. So Leute, das war unser kleines Filmchen. Ich hoffe es hat euch gefallen und die Fortsetzung sehen wir nächste Woche. Jetzt wird's lustig. Hallo. Hallo. Findest du das? Ey Kalle, komm da runter. Es geht nur wenn du gedrückt hast. Hör auf, heute Sonntag. Hey, 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 hey. Eins, zwei, drei, vier. Hey. Bist der Auto-Platt. Bist der Auto-Platt. Bist der Auto-Platt. Was ist denn? Bist der Auto-Platt. Hey du B-Boy-Bärn. Das Mädchen, der gerade an der Buseinstelle stand, ich schwöre, die Stadt da gestern Nacht auch schon. Hi. Ja. Ich brauche einen Euro. Ach du jetzt kommst du, ich muss auch noch ein bisschen machen. Was stimmt hier? Gut lieb. Danke. Hier. Können wir den heißen? Was? Schönlich. Hallo. Ja, auf jeden Fall. Hey, mach mal lauter Mann, schönlich. It's don't matter if you're black or white. Ohhhh. Dünnische Putzra. Das sind Jesus... Das sind Jesus Eltern. Ich bin Maria. Und ich bin der Josef. Das ist unser Hund. Das ist unser Esel. Boah, du Idiot! Paper. Dann train ich's dran. Ich bin nicht safe, leer. Ich bin nicht fertig, seitdem ich es sogar war. Er ist allein, wie in Süddännemo.